Hallo und herzlich Willkommen im zweiten Zimmer in Haus Pötzingen. Wir sind stolzer Preisträger der Auszeichnungen des Wurlands 2020. Mit unserem Oxervoir Edition 2019. Vielen Dank dafür, wir sind hier sehr stolz drauf. Wir sind hier auch schon in den Anlagen des Oxervoirs. Der Oxervoir ist ein ganz tolles Charon für 2019, wie ich finde. Ganz tolle Mineralität, ganz tolle Komplexität. Das Säurebruchtspiel ist total ausgebrochen. Der wird sicher nachgegangen. Ich muss beachten, vielen Dank nochmal. Und jetzt bleibt es wirklich gut.